Los geht's. Hallihallo da draußen. Endlich wieder. Ja, auf ein neues. Letzte Woche ging ja aus quasi organisatorischen Gründen kurzfristig da nicht, aber natürlich haben wir das jetzt nachgeholt. Wir holen das jetzt nach, daher für alle da draußen die Freude dran haben. Hier sind wir mal wieder. Ja, das schöne Thema heute, Georg. Ich gucke nochmal, wir haben ja länger mit dem Titel hin und her überlegt. Mit dem Ich per Du Wege aus der Selbstverleugnung. Und da schmeiße ich dir jetzt gleich den Ball mal rüber. Was würdest du sagen für unsere netten Zuschauer und Zuschauerinnen, was bedeutet unser Thema? Wow. Ja, also Selbstverleugnung, wie ich jetzt erstmal sagen, ist ziemlich gängig und auch ziemlich quälend. Also dieses ganzen Thema Scham. Ich darf das, was ich eigentlich sagen will, nicht sagen. Ich darf der, der ich eigentlich bin, nicht sein. Ich muss irgendwas tun, damit der andere mich liebt. Ich muss irgendwas lassen, damit der andere mich liebt. Also Selbstverleugnung steckt ja in so vielen Dingen drin. Vielleicht sollten wir vorher nochmal Leute haben, was überhaupt ein Muster ist. Weil jetzt erstmal würde ich ja denken, ich liebe mich ja eigentlich so. Oder vielleicht nicht jeder, aber viele. Ah ja, da bin ich schon sehr kritisch. Ich glaube, wenn man die meisten Leute fragen würde, magst du dich selber? Dann kommt so ein, ja, manche Sachen schon, aber. Und dann kommt wahrscheinlich noch eine ewig lange Liste von Dingen, die sie an sich nicht mögen, die sie gerne verändern, verbessern oder abschaffen würden. Aber ja. Ja, und dann kommt eben noch die ganze Ecke dessen, was einem unbewusst ist. Also so, wo man gar nicht merkt, dass man was verleugnet. Wo man gar nicht auf die Idee kommt, dass das überhaupt Verleugnung ist. Und insofern wäre es ganz nett nochmal zu sagen, okay, also ein Muster bedeutet, dass man in einer Handlung gefangen ist im Grunde genommen. Man tut etwas, weil man innerlich das Gefühl hat, man muss was tun. Nicht, weil es tatsächlich ein innerster Antrieb, ein ehrlicher innerster Antrieb ist. So, ja, das würde ich sagen, ist das Muster folgen. Und daraus, und das ist eigentlich schon, an dem Punkt ist schon Selbstverleugnung vorhanden. Also ein Teil von sich wird sozusagen unbewusst oder bewusst ausgeschlossen. Und stattdessen entsteht halt so ein Drang, was tun zu müssen, um die Situation zu retten. Ja, das ist, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das kennen sehr viele. Man hat zum Beispiel das Gefühl, man sitzt in einer Runde und man ist total nervös. Ja, und diese Nervosität nutzt man es dann zum Beispiel dafür, um so einen inneren Dialog zu führen und die ganze Zeit sich, sagen wir mal, zu erklären, warum die anderen wohl nicht zuhören, wenn du was sagst. Naja, was weiß ich, die sind halt zu beschäftigt. Oder man ist irgendwie, zieht sich innerlich zurück und sagt, naja, die hören ja sowieso nicht zu. Was im Grunde genommen eigentlich schon so eine Zurücknahme von was Natürlichem ist. Denn wenn man natürlich bliebe, würde man einfach immer weiter was sagen. Und dabei verschiedene Dinge fühlen. Das wäre eigentlich die eigentliche Realität. Aber daraus fängt, macht man jetzt ein Muster, nämlich da entsteht so ein Bild von, die hören ja sowieso nicht zu. Und das liegt da und da dran. Und daraus entsteht dann so ein innerer Trieb. Ich muss was tun, nämlich mich zurückziehen oder die angreifen, die Scheiße finden und weggehen. Ja, so das ungefähr ist so der Unterschied zwischen man selber bleiben und in diesem Fluss einfach agieren und aus einem Muster handeln. Ich glaube, am ehesten würde ich sagen, kennen die Menschen das, zumindest relativ viele, im Kontakt zum Beispiel mit ihren eigenen Eltern. Ja. Also dieses, wenn die Eltern fragen, und Junge oder Medien, wie geht's dir? Ja, so. Also ich kenne, glaube ich, wenig Menschen, die dann ehrlich sagen, oh, weißt du, heute habe ich einen Scheißtag, meine Ehe läuft kacke, ich bin irgendwie eigentlich unglücklich und meine Arbeit ist anstrengend. So, ne? Also dieses einfach so, oh, oder ich habe einen total traurigen Tag, was auch immer. Ich glaube, die meisten sind dann eher verhalten oder vielleicht komplett zu oder sagen, ja, ist alles gut, was weiß ich. Und dann fängt man an, sich über das Wetter zu unterhalten, ne? Und das ist ja so ein ganz deutlicher Punkt, wo natürlich auch viele unterbewusste oder bewusste Sorgen und Ängste sind, die reagiert dann mein Gegenüber, meine Eltern darauf, wenn ich ganz ehrlich bin und sage, es ist halt einfach, was weiß ich, eine schwere Zeit. Und dann kommt wieder, ach Junge, ne? Mach's dir doch nicht so schwer. Dann kommen wieder die klassischen Sprüche, die man so von Eltern dann auch manchmal kennt, ne? Mit, ja, oder nur gut, dann kommt ein Schlag gute Ratschläge. Und um sich all das zu ersparen, ja, und vielleicht den Schmerz des Verletztseins, kommt halt was anderes, ja? Statt das, wie es mir wirklich geht. Zum Beispiel. Ja, genau. Und, ja, jetzt ist natürlich so ein bisschen der Punkt, wir haben ja gesagt, mit dem Ich-Per-Du, ne? Dieses, was würdest du denn sagen, was ist der schnellste und einfachste Weg, mit dem Ich-Per-Du zu werden? Mit dem Ich-Per-Du zu werden, okay. Aber ich glaube, der einfachste Weg ist erstmal, mit irgendetwas anzufangen, wo man merkt, dass man was nicht tun kann, was man eigentlich möchte, ja? Also, das ist eigentlich der einfachste Weg. Weil ich sag mal, wenn man, es gibt ja auch noch so, sagen wir mal, eine gewisse Schnittmenge, wo man zum Beispiel nicht so ganz man selber ist, aber das man auch für gut hält. Wo man denkt, ja, okay, da will ich auch gar nicht, ne? Der muss ja auch nicht alles wissen. Und das ist ja auch nochmal was anderes, als etwas nicht preisgeben können, obwohl ich das eigentlich gerne würde, so, ne? Also, was weiß ich, Nähe nicht zulassen können, weil das komischerweise ein unangenehmes Gefühl macht, oder so, ne? Das sind ja, also, genau, das sind immer zwei unterschiedliche Dinge. Also, der schnellste Weg, würde ich sagen, ist, sich was anzugucken, wo man merkt, eigentlich möchte ich was. Also, zum Beispiel möchte ich Nähe zulassen, ne? Ich möchte eigentlich gerne auch mal einen guten Freund umarmen, oder... Aber ich kann das irgendwie nicht, wenn mir das unangenehm ist, so, ne? Und, weil da ist die Motivation, dass ich wirklich was will. Da ist nicht nur nicht einfach unbewusst, sondern da merke ich schon, okay, eigentlich will ich was. Und da steht mir was im Weg. Und da, an dem Punkt, kann man immer sich die Frage stellen, okay, was passiert denn in dem Punkt wirklich? Was fühle ich, was empfinde ich in dem Moment, wo ich das tue, was ich eigentlich möchte? Oder, wo ich das nicht tue, was ich eigentlich möchte? Ja, um überhaupt erst mal zu merken, welches Gefühl, und das wird man feststellen, ist immer ein Gefühl, nehme ich als Anlass, um das nicht zu tun? Ja, so. Und das ist dann so. Und wenn man das soweit schon mal ist, dann kommt man relativ schnell auf die Stiche zu sagen, okay, das Gefühl lerne ich langsam auszuhalten, während ich das tue, was ich eigentlich möchte. So, das, würde ich sagen, ist der schnellste Weg. Nummer eins, ein Gefühl, etwas, was ich wirklich tun will und was ich nicht kann. Nummer zwei, lernen das Gefühl, erst mal zu empfinden, was ich dabei habe, und dann zu akzeptieren, dass es das gibt, während ich das tue, was ich will. So, erst mal. Ich habe gerade auch noch gedacht, vielleicht auch, ich glaube, was auch, man könnte sagen, ein Schritt auf dem Weg ist, der auch, ich sage mal, verhältnismäßig einfach ist, weil einfach ist ja nichts davon, ist das auszusprechen, was mir schwerfällt. Also nicht mal dieser Aspekt von, ich muss es gleich einfordern, meinen Wunsch oder mein Bedürfnis oder ich muss es gleich leben oder was auch immer, sondern einfach mal zu gucken, kann ich mir erlauben, in der Kommunikation mit den Menschen um mich rum, dann zu sagen, boah, weißt du, ich würde dich eigentlich voll gern jetzt um Arm und meinen Arm nehmen und gleichzeitig ist das für mich echt immer voll, so die Herausforderung, das fühlt sich echt komisch an. Und diesen Schritt zu gehen, da ist halt schon so viel Ehrlichkeit drin, dass alleine das schon wieder etwas verändert. Also an ganz vielen Stellen so erstmal die wirkliche Anerkennung, ja, das habe ich wirklich und das ist wirklich und aber auch das, was es schwer macht anzuerkennen. Und dann wird es oft auch leichter, weil dann eine andere Kommunikation entsteht, weil es ist auch schon so, ich würde dir gern was erzählen und das ist mir aber ein bisschen peinlich, weißt du. Und schon ist es was ganz anderes, als wenn ich jetzt sagen muss, oh Gott, oh Gott, gestern, keine Ahnung, habe ich mir im Auto in die Hose gemacht, ja, so. Aber wenn der andere sagt, oh komm, weißt du, ich habe schon so viel Scheiße selber erlebt, komm, sag es einfach, im Schlimmstenfall lache ich ein bisschen, ja, und schon verändert sich was halt, ne? Stimmt, ja, stimmt, hast recht. Also tatsächlich könnte man Selbstbegrenzung ja auch auf eine Art definieren, ich gebe etwas von mir nicht, was da eigentlich wäre, ne? Und das kann, genau, was sagen, das kann was zeigen, das kann ein Gefühl sein, genau. Und in dem Sinne, genau, kann ich also auch eine Erfahrung noch, weiß ich noch genau, als ich das erste Mal, die erste Freundin, nachdem ich sehr verliebt war und dann auf einmal einen Tag gab, wo ich das Gefühl habe, ich fühle nichts mehr. So, ja, habe ich heute nicht lieb. Oh mein Gott, da habe ich mehrere Tage noch verzwalt, versucht, sie wieder lieb zu haben, natürlich funktioniert, scheiße. Ne, immer so, hm, äh, Komplimente rausdrucksen und so, bis dann irgendwann im Abend irgendwie einfach gesagt hat, du, äh, komisch, irgendwie fühle ich gerade nicht so viel. Ja, bams, fünf Sekunden später, weil ich mir so verliebt wie vorher, sowas Bescheid, das hat man fünf Tage im Kopf gemacht. Ja, genau, das ist ein super Beispiel, genau dafür, also, das, was mir scheinbar so viel Angst macht, einfach, einfach, dieses Innere, äh, da drüber gehen, das auszusprechen, das ändert schon wahnsinnig viel. Ja. Und, ähm, also, vielleicht auch da nochmal, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, das ist ja so ein bisschen, es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die sagen, ja, ist ja auch gut, dass ich das eine oder andere nicht von mir zeige, weil ich kann vielleicht verletzt werden oder der andere, ich kann den anderen verletzen, ja, oder, oder, oder. Und gleichzeitig, ähm, ich hatte gerade wieder so ein total spannendes Coaching, und da ging es halt um Familie, ne, wie es halt so ist, ne, wie bei den meisten Menschen ist es ja so, dass, ich sag mal, der Großteil zumindest sich wünscht, dass es noch ehrlicheren Kontakt gibt oder mehr gesehen werden, also, ich werde von meinen Eltern gesehen in dem, was ich mache und, ne, es gibt einen schönen Austausch, so, ne, und, ähm, so. Und ein Kern dabei war eben dieses, auf der einen Seite ein Riesenwunsch, eben von den Eltern gesehen zu werden und auf der anderen Seite aber, könnte man sagen, äh, selber noch hinter der Mauer sitzen, ne, also dieses sich nicht wirklich zeigen. Und das ist natürlich am Ende, könnte man sagen, ja, klar, schützt du dich, weil vielleicht ein doofer Spruch kommt von irgendwem, ja, der damit nicht gut mit umgehen kann, mit deinem, du zeigst dich wirklich, wie du bist. Und auf der anderen Seite ist es aber auch gar nicht möglich, könnte man sagen, überhaupt das zu bekommen, was du dir tief im Herz schon wünschst, nämlich eigentlich einen schönen, ehrlichen Kontakt, wenn du selber nicht bereit bist, diesen Schritt zu gehen, der vielleicht auch herausfordernd und schwierig und schmerzhaft oder was auch immer ist, ja, vielleicht auch total schön, wer weiß das, um überhaupt, könnte man sagen, also um ein Leben zu führen, wie ich es mir wünsche, ne, so. Und das setzt halt voraus, ja, eben diese Selbstverleugnung immer mehr irgendwie abzulegen, ne, so. Ja, und, ja, genau, ich glaube, es ist ein konkretes, ein Sinne, den man auch am leichtesten verstehen kann, ne, genau, das heißt, man braucht schon den Mut, sozusagen, dahin zu gehen, wovor man so Angst hat, zu äußern, um überhaupt, ja, eine Chance zu haben, einen guten Kontakt herzustellen. Und im nächsten Schritt wird man vielleicht auch feststellen, dass ein schöner Kontakt oft viel mehr und schöner ist, als das, was man ursprünglich wollte, ja. Denn, also ich sag mal, selbst wenn man im schönen Kontakt von jemandem keine Zustimmung kriegt, ist das so unter Umständen trotzdem eine schönere Atmosphäre, als wenn einem jemand zustimmt und man sagen kann, oh ja, ein Gott, Gott sei Dank, ich bin sicher, aber irgendwie ist trotzdem kein Kontakt da, ne. Ja, vielleicht auch einfach, ja, vielleicht für die Menschen, ich meine, viele können ja mit dem Bordkontakt was anfangen, aber der Kern ist ja eigentlich ein Gefühl zwischen zwei Menschen, ne. Also es reicht ja aus, Kontakt heißt ja nicht mal, dass man miteinander reden muss, das kann sein, ich gucke meinem Partner einen Moment nur in die Augen und es ist, es ist halt so, ja, es gibt einfach ein schönes Gefühl, sowas Tragendes, sowas Gemeinsames, so, und selbst wenn das nur zwei Sekunden dauert und, ja, es kommt im Mensch, der kann man sagen, ganz oft gar nicht auf den Inhalt an, der dann da passiert, sondern erst mal auf das Hintergrundgefühl, was ich habe, wenn ich mit diesem Menschen dann in, im realen Kontakt bin, so, ja, genau. Und dafür ist halt notwendig, dass keiner, also dass du die Kontrolle loslässt, was da rauskommt, sozusagen, so, und das ist, glaube ich, für viele erst mal ungewohnt, weil man erst mal ja versucht, so eine sichere Situation zu machen, so, dass möglichst das passiert, was man kennt und diese Art Kontrolle verhindert aber halt diesen intimen, intensiven, sehr schönen Kontakt, ne. Und vielleicht da, ja, also ich habe gerade spontan gedacht, ist ja so, ich komme ja immer mal wieder so ein bisschen auf Thema Beziehung zurück und so, ne. Ich habe ja zwischendurch immer irgendwelche klugen Ratschläge für irgendwelche Männer da draußen, wenn das denn für euch zutrifft. Man könnte sagen, je kontrollierter dieses sich zeigen oder nicht zeigen ist in der Beziehung, desto mehr geht eure Partnerin auf jeden Fall an die Decke. Das kann ich jetzt echt, also die Erfahrung habe ich an verschiedensten Stellen gemacht. Das heißt, es geht auch nicht darum, ob ihr, in Anführungsstrichen, euer gedunkelstes Geheimnis offenbart oder eure, was weiß ich was, sondern es geht nur um die Art und Weise. Nämlich seid ihr in Kontakt oder eben nicht. Und dann, und das ist der entscheidende Punkt für Kommunikation in der Partnerschaft. Also ist Kontakt da oder nicht und nicht reden wir über irgendwas oder selbst über die wichtigen Dinge, aber wenn man das ohne dieses Gefühl von Kontakt tut, ist es halt einfach wenig tragend und führt bei einer anderen Stelle halt einfach zu Konflikt, weil dieses Authentische dann die Partnerin versucht, irgendwie hervorzuzwingen, könnte man sagen. Und was da immer noch mehr Druck, genau. Habe ich ein super Beispiel für, genau, noch nicht allzu lange her erlebt. Tatsächlich genau, der eine, der eine Partner hatte immer das Gefühl, was muss ich jetzt, was will sie von mir? Und dieses, was will ich von mir, hatte sich halt selbst schon mit unter Druck gesetzt und was Bestimmtes zeigen. und der andere oder die andere wollte halt immer eigentlich sozusagen nur das, was wirklich da ist. Eigentlich gar nicht Bestimmtes hören. Ja, genau. Ich wollte eigentlich nur, nur zeig mir was. Zeig mir das, was da, was wirklich da ist. Nicht das, was ich sehen will oder was du glaubst, zeigen zu müssen, sondern nur das, was da ist. Ja, genau. Und das ging halt gar nicht, weil er immer dachte, es muss was Bestimmtes sein. Bis er dann auf die Idee gekommen ist, zu sagen, du, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss dir was Bestimmtes zeigen und das, irgendwie bin ich damit total unter Druck. Und auf einmal, puff, fiel der Druck von ihm ab, weil er einfach das gesagt hat, was tatsächlich real passiert ist. Und dann war das ja jetzt keine Welt wegen der Äußerung, aber plötzlich gab es genau das, gab es so eine Ruhe dazwischen, dieses Gefühl, ich muss irgendwas, ist weggefallen und dann war plötzlich auch irgendwie ein Gespräch möglich und eine Nähe war einfach da, auch selbst ohne was zu sagen. Also selbst so was Simples kann halt dann Nähe erzeugen. Aber sobald halt irgendjemand das Gefühl hat, er muss irgendwas, boykottiert das halt jegliche Form von Nähe und es macht eben auch wütend, wenn man natürlich immer jahrelang das Gefühl hat, man müsste irgendwas Besonderes, dann ist man auf irgendeine Art, hat man natürlich auch gar keine Lust, Nähe herzustellen. Ja, und ich meine, ich kenne das zum Beispiel von mir, ich habe auch so eine Tendenz, zum Beispiel in Partnerschaften, bei einer Partnerin kommt und dann mir irgendwelche, also sich über Gott und die Welt beschwert. Und dann gibt es schon so einen Anspruch in mir, der sagt, ich müsste jetzt verständnisvoll irgendwie zuhören. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wäre dann an manchen Stellen sicherlich der authentischere Ausdruck zu sagen, ey Schatz, weißt du, ganz ehrlich, ich merke, ich kann dir gerade nicht zuhören und ich kann da auch echt, das ist einfach gerade für mich ein bisschen zu anstrengend, tut mir leid, geht gerade nicht, so passt nicht. Das wäre sicherlich auch an der Stelle, dann könnte man sagen, wenn ich das in Kontakt tue und sie dabei angucke und ganz ehrlich bin, ist das wahrscheinlich auch kein Problem. Allermeisten Wahrscheinlichkeiten nicht, da gibt es natürlich gar so. Ausnahmen gibt es immer und trotzdem, ja, letztendlich dieses noch mehr zu erlauben, dass auch die, wie soll ich das sagen, also auch diese in Anführungsstrichen auf den ersten Weg Unfähigkeiten, von denen wir glauben, wir müssten so und so sein und es sind es nicht und es dann aber damit nicht zurückzuziehen oder dann grummelig zu sein, sondern auch damit versuchen, den anderen wirklich einfach im Kontakt dem das zu sagen. Ja, so ist es gerade halt. Man muss letztendlich sagen, das ist die Selbstbefreiung im Grunde genommen, dass dieses Ganze, diese erfundenen Urteile, das sind die erfunden, wer weiß, wo die alle herkommen, diese Ideen von was man darf, was man nicht darf und das zu erleben, dass das ein Loslassen ist. Man lässt das, im Grunde genommen drückt man die ganze Zeit dann auf irgendwas drauf und es tierisch anstrengend ist. Sein zu lassen, das ist so ein Ohr. Also so ein Wohlgefühl, da merkt man auf einmal, dass das Leben eigentlich sehr spontan ist. Dass man, ja, dieses Gefühl, dass einfach alles durch darf, das macht einfach so frei, das lohnt sich. Wie wäre Katastrophe, das lohnt sich einfach ungeheu. und jetzt sind wir, das sind ja alles sehr konkrete, sehr, ich sag mal, logische Dinge eigentlich auch, einfach das so auszusprechen, wo man Angst hat. Und da gibt es jetzt, wenn man jetzt weitergeht, also wenn man jetzt, sagen wir mal, Richtung Spiritualität, also Spiritualität ist jetzt, ich sag jetzt einfach mal, so in den spirituellen Traditionen, ist damit eben unter anderem gemeint, so dieses Ego, die falsche Identifikation, wenn man das einfach mal so auf diesen Punkt runter bricht, dann ist das eigentlich der Punkt, der uns begrenzt, der nämlich sagt, okay, das Leben ist so und so nicht, so muss es sein und so nicht. im Grunde genommen ist das einfach eine Vorstellung von dem, was passieren sollte, wie es passieren sollte und was nicht passieren darf. Und in dem Moment, wo du das loslässt, passiert halt einfach das Leben. Und das ist halt lebendig und aufregend. Und allein dieser Unterschied zwischen aus dieser Selbstbegrenzung auszusteigen und das Leben einfach passieren zu lassen, das ist einfach schön, da ist so viel drin an Lebendigkeit, an Befreiung, an Wertschätzung fürs Leben. Da braucht man vieles von dem, was man vorher meint, was man alles braucht, schon mal nicht mehr. Ja, ich würde das gerne ergänzen, weil du natürlich vollkommen zu Recht hast. Ich glaube, es braucht halt Mut, ne, so. Ja. Du hast mal irgendwann was Schönes gesagt und da erinnere ich mich zwischendurch dran. Das erzähle ich auch zwischendurch dann immer bei meinen Kunden. Und zwar dieses, man könnte sagen, wenn wir wirklich auf das hören, was unsere innere Stimme sagt, wie es uns wirklich geht und so weiter und so weiter, was ist richtig, was ist falsch? Also man könnte sagen, wirklich auf unseren inneren Kompass hören würden, das ist ja genau das. Man hört da drauf und tut es und spricht es aus, was auch immer und lebt so. Dann gibt es ja im Leben immer, man könnte sagen, immer wieder so Abgründe. Dann kommst du an so einen Punkt und dann ist es dieses Jahr, mein Gefühl sagt mir jetzt, ich sollte meinen Job kündigen, aber hast keinen neuen. Alarm, Glocken, Rot. Und trotzdem weißt du ganz genau, wenn du ehrlich zu dir selber bist, das steht jetzt an. Und dann könnte man sagen, und jetzt komme ich zu diesem, was du mal gesagt hast, dieses, weißt du, die Heiligen unter uns, die Heiligen, die springen einfach jedes Mal. Die denken nicht lange drüber nach, sondern die springen. Da ist ein Loch ab, zack, rein. Und ich sage mal, Otto, Normalverbraucher steht da und sagt, oh, wirklich? Oh, ich weiß nicht. Oh, vielleicht gehe ich doch nochmal zurück. Oh, das tut auch weh. Aber, oh nein, das sieht ganz schön tief aus. Oh, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Also so, und im Endeffekt ist es auch immer wieder der Mut an manchen Stellen, und es muss ja nicht gleich der tiefste Abgrund sein, den man finden kann, mal zu gucken, was passiert, wenn ich einfach mal springe und das tue, was gerade mir sich, was sich richtig anfühlt. Man sammelt den Mut so mit der Zeit, dass man merkt, okay, jedes Mal, wenn ich springe, ist irgendwie doch besser. Und die Umwege sind so anstrengend und irgendwie doch ätzend und klebrig. Das macht man einfach so lange, bis man irgendwann den Mut hat, eben zu springen und dann immer häufiger und dann, ja, genau. Merkt doch, es gibt doch was Größeres, diesem inneren Kompass zu folgen, dass eben doch was, was wir nicht erklären können, was das Leben schöner macht, wenn wir ihm folgen. Uns irgendwie leitet und zu Stellen führt, wo wir uns richtig fühlen, was auch immer das dann ist. Genau, und das ist eben auch kein moralischer Kompass, so nach dem Motto Regel dies und das, sondern das ist einfach, wenn wir ehrlich sind, das Gefühl dafür, was wir wirklich tun wollen. So, ne, es fühlt sich nicht immer so an, als wollen wir das, sondern als, wenn wir ehrlich sind, dass es ansteht, das ist vielleicht so. Ja, ja, nicht das, was wir wollen, sondern das, was ansteht, ja. Genau, und dem zu folgen, das fühlt sich halt auch dann auf eine Art Befreien, dann müssen wir irgendwann merken, irgendwie ist es doch das Gleiche. Alles klar. Ja, schön. Mit dem Blick auf die Uhr, Georg, würde ich sagen, haben wir heute, glaube ich, auch genug erzählt. Also, ich würde einfach mal sagen, ich wünsche euch allen da draußen einen guten Sprung, was auch immer das Nächste sein mag, wo ihr merkt, das wäre eigentlich ehrlich und richtig und guckt mal, wie es sich auswirkt. und genau, soweit. Georg, vielen Dank wieder mal an dich. Ja, war schön, danke. Vielleicht noch mal kurz, noch mal ein bisschen Werbung, wir würden uns freuen, wenn wir beim nächsten Mal jemanden live haben, weil es ist schön, was zu erzählen, aber tatsächlich, das ist wie der Unterschied, jemanden da zu haben und auf den zu antworten und dem sozusagen genau zu zeigen, an der Stelle, so ist das, das zu teilen ist einfach besonders schön und das kann man gar nicht vergleichen mit was zu erzählen, weil da kommen Dinge, ja, das ist halt, das ist das Leben, das fänden wir beide spannender, insofern wäre es schön, wenn ihr euch bei uns meldet, wenn ihr euch das vorstellen könnt, wie gesagt, gerne anonym, ohne Bild, ohne Namen, aber halt, ja, wir würden uns freuen. Genau, und vielleicht, ziemlich sicherlich profitiert ihr davon, könnte man sagen, einfach mal von zwei Coaches dann mal ein Stückchen begleitet zu werden auf diesem inneren Weg. Genau. Daher fühlt euch eingeladen. Bitte. Sehr schön. Dann wieder bis in vier Wochen, äh, drei sind wir jetzt. Drei Wochen, ja. Genau. Alles klar. Bis dann. Ciao. Tschüss.